Reduktions- und Dropsätze bzw. Reduktionssätze sind Dropsätze, machen wir für ein Trizep, egal welche Übung, lässt sich welche Übung machen, frei mit der Maschine. Gewicht reduzieren, deswegen Reduktionssätze, Dropsätze, wieder einmal reduzieren, noch einmal reduzieren, wieder draufsätze. Und letzte Reduktion, insgesamt 4 Reduktionssätze, für Giant-Sätze, Super-Sätze, Super-Sätze und für den Zollzatz Dropsätze, Acro-Shop, genau richtig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.